So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop reagieren, so wie jeden Morgen, ihr kennt das ja. Außerdem noch hier steht der Gewinner von gestern, den blende ich euch hier mal ein. Ich hatte gestern 1000 V-Bergs an meinen Abonnenten verschenkt, den Gewinner seht ihr jetzt hier eingeblendet. Und dann kommen wir jetzt zum heutigen Fortnite-Shop, 7 Sekunden noch, dann updatet er sich. Wie immer könnt ihr auch gerne meinen Crater-Code SNOXY eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Und dann schauen wir jetzt mal, was heute so reinkommt. Bitte was Neues, bitte was Neues. Und, oh, ein neuer, nicht geleakter Skin und eine neue Hacke. Oh, der schaut geil aus. Hat der eine Bombe auf dem Kopf? Was zur Hölle? Das schaut so ein bisschen aus wie so ein Gefangener, wie so ein Häftling. Okay, jo, ansonsten schaut doch ganz cool aus. Ich würde sagen, da fangen wir direkt auch mal an. Nämlich mit dem neuen Bombasto-Skin heißt der. Und was zur Hölle ist das für ein kranker Skin? Ich finde ihn ziemlich geil, alleine wegen dem Holzbein. Und das ist der erste Skin, der so ein Special Feature hat, wie ein Holzbein. Also, dass sie das noch nicht früher gemacht haben, oder? Ich glaube, es gibt keinen Skin. Auch die Piraten-Skins haben, glaube ich, normale Beine. Wenn ich mich da jetzt recht erinnere, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da recht habe. Aber ich glaube, dass ich da auf jeden Fall kein Holzbein gesehen hatte. Alter, ey, der schaut ziemlich cool aus. Werde ich mir direkt hier mal kaufen. Und ich werde den Skin natürlich auch wieder an euch verschenken. Das heißt also, heute könnt ihr wieder 2000 V-Bucks hier gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, wenn ihr hier die V-Bucks haben wollt, ist einfach nur ein Abo da lassen. Also, kurz hier diesen Kanal abonnieren, denn ich möchte das ja an meine Abonnenten verschenken. Also, einfach kurz runterscrollen und ein Abo da lassen. Dann im Video hier einen Daumen noch umgeben und ein Hashtag Snoxy heute in die Kommentare schreiben. Hashtag Snoxy. Und dann machen wir jetzt weiter mit der neuen Hackel. Schrapnell heißt sie. Und sie schaut schon mal ziemlich cool aus. Hören wir uns direkt auch mal den Sound an. Uh, der hört sich cool an. Gefällt mir. Ich finde, die passt auch richtig gut zu diesem Gefangenen-Skin dazu. Also, ja, für 2000 V-Bucks kann man sich quasi beides holen. Und, äh, wie gesagt, wenn ihr heute hier die 2000 V-Bucks haben wollt, einfach nur diesen Kanal hier abonnieren. Einen Daumen noch umgeben und heute ein Hashtag Snoxy in die Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr die heute gewinnen. Machen wir weiter, nämlich mit dem Überschall-Skin. Ich feiere den sehr. Hat auch einen ziemlich geilen Backpack, der so die, äh, Kills anzeigt, die man hat. Also, wie viele Kills man im Game bisher gemacht hat. Ansonsten, ja, hat er vier verschiedene Styles. Finde ich ziemlich cool. Dann haben wir noch genau die Lackierungen dazu. Ähm, die fand ich jetzt eher nicht so geil. Oh Gott, das ist so eine hässliche, äh, hässliche Lackierung hier. Da würde ich auf jeden Fall eher die Lava oder die, also die Magma oder die Hitze Lackierung nehmen. Die finde ich da auf jeden Fall cooler. Zielsicher finde ich eigentlich ganz lustig. Vor allem mit dem Sound, der schon wieder verpackt ist. Jetzt hört man ihn. Genau, so ein Motorgeräusch. Ähm, ja, den finde ich optisch auch eigentlich ganz cool. So eine Zielscheibe. Machen wir weiter, nämlich mit der Rechenseite, mit dem Geilsten, den es in Fortnite gibt. Lama-Glocke. Richtig geiler Dance, kann ich absolut empfehlen. Ähm, den Emote würde ich mir auf jeden Fall holen. Dann haben wir noch den Disruptor drin, der optisch ziemlich geil ist. Dieses Metallic Blau und das Gold dazu schaut ziemlich cool aus. Dann haben wir noch das Endlosrad. Ich wünschte mir, das wäre ein Fortbewegungs-Emote. Das wäre so cool, wenn man sich damit auch durch die Lobby oder durch die Map bewegen könnte. Dann noch die Spielspezialistin. Da feiere ich eigentlich nur die Mütze. Ich hoffe, dass man die irgendwann mal auf andere Skins drauf machen kann. Dann noch die Zaubermacht. Mit einem mega geilen Sound. Also, what the fuck, ey. Wenn alle Hacken mal so geile Sounds hätten wie diese hier. Und im letzten Slot dann noch das Nachtlicht. Schön preiswertes Skin für 800 V-Backs. Geht auf jeden Fall klar. Und jo, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr keine neuen Skins mehr verpassen wollt hier in Fortnite, dann aktiviert doch unbedingt noch schnell die Glocke. Einfach kurz hunderscrollen und diese kleine Glocke da anklicken. Dann bekommt ihr mal morgens eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Ansonsten, wenn ihr gerade zufällig ingame seid, tragt gerne Stocks als Creator ein, wenn ihr mich supporten wollt. Und damit habe ich jetzt genug gelabert. Habt alle noch einen schönen Tag. Macht's gut und not rein. Tschüss.